Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein, ich bin Experte für die Neukontengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwicklern und Beratern, IT-Beratern und Dienstleistungen. Ich werde eine Videoserie planen und durchführen und auf YouTube hochladen und auf sämtliche Social Media Kanäle von mir, wo es darum geht, Content-Macht ist Werbemacht. Warum Content-Macht so signifikant ist, eigentlich schon immer war und auch zukünftig signifikanter werden wird im Vergleich zu Werbemacht. Also bezahlte Werbemacht zeigen ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Baustein einer kompletten Strategie von A bis Z, Marketing- und Vertriebsstrategie, aber Content wird sehr häufig unterschätzt, ist eine Sache, wo man sehr viel Geduld braucht und Beharrlichkeit und Konsistenz und letztendlich geht es ja bei jeglicher Marketing- und Sales-Strategie immer um diese drei Komponenten. Qualität, Quantität, insbesondere bei der Lead-Generierung eher auf Qualität achten, also wie Quantität, aber beides ist wichtig und dann zusätzlich eben die dritte Komponente, Konsistenz. Also es bringt mir nichts, wenn ich einmal im Jahr einen sehr guten Lead mache, es bringt mir nichts, wenn ich ganz viele gute Leads mache, aber auch nur einmal im Monat und so weiter oder einmal im Jahr. Also Konsistenz, kontinuierlich einen Lead-Strom aufbauen und da ist eben Content-Marketing ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ich freue mich auf euch, abonniert jetzt schonmal meinen Kanal, wir sehen uns bis bald, ciao!